Die Akademie Menschenmedizin setzt den Menschen ins Zentrum und setzt sich dafür ein, dass wir nicht alles machen, was machbar ist. Und dass wir auf einem Gesundheitswesen ein Gesundheitswesen machen, das kein Krankheitswesen ist. Beziehungsweise heute haben wir ein Krankheitswesen und kein Gesundheitswesen und einen lukrativen Markt im Krankheitswesen, der viele Kranke schafft. Ich wünsche mir, dass die Akademie Menschenmedizin mit uns, der Interessensgemeinschaft Freimierzahler, zusammenarbeitet. Zusammenarbeitet mit der Schweizerischen Patientenorganisation und den Konsumentenschutzorganisationen. Und dass aus vielen Teilchen ein See wird. Ein großer See, der eine Stimme bekommt innerhalb auch des politischen Systems.